Guten Abend Leute, es ist Samstagabend und ich habe noch einmal in dieser Woche ein paar Neuigkeiten für euch. Diesmal dürfte es vor allem die Reisebegeisterten interessieren und natürlich alle anderen, die an Neuigkeiten über Air Berlin interessiert sind. Das Rennen um die insolvente Air Berlin könnte zu einem Fall für die Gerichte werden. Die vorerst unterlegenen Bieter erwägen gegen den möglichen Verkauf an den Marktführer Lufthansa zu klagen. Air Berlin hatte in der Nacht zu Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börse angekündigt, einen Verkauf an Lufthansa und EasyJetZ anzustreben. Aus Verhandlungsreisen war zuvor verlautet, wahrscheinlich komme für die verbleibenden Flugzeure auch die Fluggesellschaft Concorde zum Zug. Air Berlin mit ihren mehr als 8000 Beschäftigten ist seit Mitte August insolvent. Der größte Teil der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft soll dem Vernehmen nach an Lufthansa gehen. Wenn das gefingert war, wird es eine gewaschene Kartellfrage geben, sagt ein Sprecher des vorerst unterlegenen Bieters, der Unternehmer Hans Rudolf, der wie Klasen für die ganze Air Berlin geboten hat, warf den Verantwortlichen vor, man habe zu keinem Zeitpunkt ernsthaft eine andere Lösung als die Zerschlagung und die Zuteilung der Fragmente an Lufthansa und einige weitere Bieter verfolgt. Ihr Berlin-Sprecher Ralf Kunkel wies dies zurück. Wir führen ein für alle ernsthaften Bewerber erkundbar offenes und transparentes Verfahren durch. Na da können wir ja mal gespannt sein, wie es weitergeht. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wenn euch mein Kanal gefällt, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da.